Irgendwie dann doch? Ja, ich weiß nicht. Und er ist nicht laut, wenn ich jetzt meine Toyos nehme. Oh je, oh je, die heulen ja. Er ist heute im Verlauf des Tages leiser geworden. Okay. Und über 150 ist es sowieso nicht mehr so schlimm. Gut, die Toyos ist da eigentlich relativ egal. Die Retzer ja auch, die jaulen ja wie verrückt. Das fühlt mich schon direkt was anderes. Ich bin zuerst eine Runde mit dir mitgefahren. Und er hat ja jetzt noch nicht seinen Druck mehr. Ist er denn sehr stabil vom Druck her? Ja. So, jetzt habe ich Zeit. Der Vordermann hat nämlich die Rückenlehne sehr schlecht stehen. Wie fährt sich das hier besser? Ja, man kann viel schneller durchfahren. Der Schmerz, ja. Und hier sind die Wellen weg. Total viel Glück. Aber noch ein bisschen unbewohnt. Ja, vor allen Dingen verlagert sich das jetzt alles hier rüber. Ja, genau. Hier bis jetzt. 210, 220, ja. Da kommt noch ein bisschen hinten. Ja, genau. Gefällt mir. Kommt ein bisschen hinten. Ja, gut. Tja, Tja, Tja Sollte Einmal Alarmen, schon einmal in meine Gedenkstätte. Da reicht dabei Leistung nicht, ne? Ja, wer weiß wie viel Leistung da ansteht. Die Gedenkstätte ist nicht so schwer, es ist ein Schuss, also in der Gedenkstätte. Die Gedenkstätte steht in der Gedenkstätte. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Schon bürgst du mir die Kiste aus.